Du wünschst dir einen stabilen, kraftvollen, durchtrainierten Körper? Dann habe ich natürlich wie immer eine tolle Übung für dich, die 90 Prozent deiner gesamten Muskulatur trainieren. Und vorwiegend nicht nur die Rumpfmuskulatur, sondern eben auch deinen Oberkörper und den Po noch mit dazu. Wir machen das gemeinsam. Wir stützen uns ab, deine Hände sind unter deinen Schulterblättern, wir strecken die Beine aus und Achtung, wir nehmen die Füße etwas auseinander. Das Becken schieben wir ganz leicht nach unten und du drückst jetzt die Po-Backen zusammen. Wir machen jetzt einen kleinen Liegestütz, aber klein, nur 5 Zentimeter. Wir gehen hier tief, hoch, Achtung, die Knie ein bisschen nach unten und strecken. Und wir gehen tief, hoch, Knie runter, anspannen. Tief, hoch, Knie runter, anspannen. Tief, hoch, Knie runter, anspannen. Probiere diese Abfolge zehnmal hintereinander zu machen. Du wirst dieses Ergebnis lieben. Es ist eine großartige, kraftvolle Ganzkörperübung. Probier's aus.